Was ist ein Familiennexus? Der Familienzusammenhang ist ein Konzept, das von R.D. Laing, einem Psychiater, entwickelt wurde, der Mitte des 20. Jahrhunderts tätig war. Laut Laing besteht der Familienzusammenhang aus einer Reihe von Werten und Überzeugungen, die innerhalb eines Familiensystems fortbestehen. Es hilft, die Identität der Familie am Leben zu erhalten. Das Problem bei diesem Zusammenhang besteht laut Laing darin, dass die Verewigung der Familie häufig auf Kosten der einzelnen Familienmitglieder erfolgt. Laing glaubte, dass psychiatrische Störungen oft das Ergebnis einer Familie waren, die eine Person in der Familie als in irgendeiner Weise unzureichend herausstellt. Die meisten Arbeiten von Laing im Zusammenhang mit der Familie stammten aus Familien mit mindestens einem schizophrenen Familienmitglied. Seine Forschung geht davon aus, dass es sehr wenig zwischen einer gesunden Familie und einer Familie gibt, die Mitglieder mit schweren psychischen Störungen produziert. Nach Laings Theorien stammen Schizophrenie und andere psychische Störungen nicht aus der Biologie des Einzelnen, sondern aus den Beziehungen innerhalb der Familie. In ihrem Bemühen, sowohl ihre Identität als auch den Status quo zu schützen, strebt eine Familie häufig danach, Personen an den Rand zu drängen, die gegen die von der Familie festgelegten Normen verstoßen. Dieser Trend zeigt sich deutlich in der Dynamik vieler Familien. Das Konzept des Familienzusammenhangs besagt jedoch, dass die soziale Ordnung der Familie so viel Macht hat, dass einzelne Familienmitglieder unter dem unerschütterlichen und oft reaktionären Familienregime bis zur Entwicklung psychischer Störungen leiden. Familienmitglieder, die sich nicht an die Normen halten oder die Grenzen überschreiten, werden möglicherweise dazu gebracht, das Gefühl zu haben, dass sie keinen Wert in der Gesellschaft der Familie und folglich auch keinen Wert in der größeren Gesellschaft haben. Während die Idee des Familienzusammenhangs einige Vorteile hat, erkennt die moderne Medizin viele physiologische Faktoren an, die für psychische Erkrankungen verantwortlich sind. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts konzentrierte sich die Wissenschaft auf die Art und Weise, wie sowohl die Biologie als auch die Umwelt die Entwicklung eines Individuums und dessen psychische Gesundheit beeinflussen. Während der familiäre Zusammenhang in der sozialen Interaktion vieler Individuen eine Rolle spielen kann, geht es in der modernen Therapie weniger darum, Schuldzuweisungen entweder an den Einzelnen oder an die Familie zu richten, als vielmehr darum, Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen von Familien und Einzelpersonen entsprechen. Moderne Psychologen akzeptieren oft die Existenz eines Familienzusammenhangs, sind sich jedoch nicht einig, dass der Einfluss dieses Zusammenschlusses immer negativ oder allmächtig ist.